Ja, hallo zusammen, eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Diese Woche geht's wieder los, wir haben das volle Programm komplett durchgehend durch die Woche, vielleicht schon Masters 25 Unboxings, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, da muss ich ja mal schauen, wann, wo, wie, ich welche Sachen bekomme, aber erstmal heute ganz normal, regulär wie immer ein Building on a Budget. Ja, heute ein Casual Deck, kein Pauper Deck, heute mal was anderes, eine der Fragen, die ich am häufigsten wirklich lese, obwohl wir das Thema schon relativ oft besprochen haben, ob ich nicht mal ein Engel Deck zeigen kann. Bei der Top-Liste zu den Engeln hatte ich das Thema schon mal ein bisschen besprochen, es ist sehr schwer, ein reines Engel Deck zu bauen, so wie zum Beispiel bei den Goblins, Elfen oder den Mehrvölkern, kann man eben nicht so gut ein reines Engel Tribal Deck bauen, aber wir machen das heute mal ähnlich wie im letzten Let's Play, falls ihr die Episoden verfolgt, da haben wir ein schwarz-weißes Engel Control Deck gespielt und heute hier einmal von mir die umgebaute Variante wirklich als Budget Deck, wo wir dann auch alle Karten wirklich verbauen können, wie wir möchten, so viele Karten spielen können, wie wir wollen bei Magic Duels, hat man ja immer eine kleine Restriktion und weil eben immer so oft nach, den Engeln gefragt wird, wollte ich euch heute hier einfach mal eine Möglichkeit nochmal für ein Engel Deck zeigen, wo man mit den Engeln auch wirklich dann das Spiel gewinnt, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Deck, mir persönlich macht es sehr viel Spaß, solche Decks zu spielen, nicht wegen den Engeln, sondern weil es eben ein nicht blaues Control Deck ist, finde ich super cool, kein Diss hier gegen die blauen Spieler, die Control Decks finde ich halt generell einfach nice, da ist die Farbe gar nicht so wichtig, wie ich finde, Hauptsache man kann mal schön kontrollen, man muss sich eben auch mal den Kartenvorteil gönnen und ja, ich würde sagen, genug vorweg geredet, gibt ja gleich noch genug Infos beim Deck an sich, ich würde sagen, wir legen jetzt auch mal wirklich los, viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt auch mal meine Deckliste komplett eingeblendet, ich habe mich natürlich an dem Magic Duels Deck orientiert, also wir haben viele neue Karten dabei, aber das Ganze natürlich auch mit ein paar älteren Karten aufgepeppt, ganz klare Sache und natürlich auch richtig aufgefüllt mit den Karten, die wir gar nicht bei Magic Duels haben, wir sind natürlich im Casual Bereich und wir wollen uns heute wirklich ein richtig gutes schwarz-weißes Control Deck anschauen und eben die Engel als Finisher in unserem Deck benutzen. Hier die Aufteilung sieht man auch ganz gut direkt, sehr controltypisch, leicht überdurchschnittlich viele Länder, 25 Stück an der Zahl, 26 Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche, was halt sehr typisch für die Control Decks ist, wir wollen sehr viel Interaktion mit dem Gegner haben und dann später eben mit wenigen, aber sehr teuren Kreaturen das Spiel gewinnen, da haben wir dann 9 Engel ganz am Ende, die sind halt auch alle sehr teuer, die Engel von den Mana-Kosten und deswegen eignen sie sich einfach hervorragend am Ende der Kurve wirklich als Finisher, wenn wir sie beschützen können, die Engel sollen irgendwie möglichst guten Effekt natürlich noch haben, gegebenenfalls Kartenvorteil machen, irgendwie mit dem Gegner interagieren und dann lohnt es sich einfach eben sie als Finisher zu spielen und nicht irgendwie das Deck mit 20 Engeln vollzustopfen, dann hat man meistens nur Engel auf der Hand, die Hand ist total klobig, total langsam, man hat kaum schnelle Interaktionen für die ersten Züge oder auch eben man hat kaum passende Kreaturen, die irgendwie mit den Engeln synergieren, wie gesagt, der Engeltribe ist eben nicht so wie zum Beispiel der Goblin-Tribe aufgebaut, wo wir dann noch super viele Lord-Effekte haben etc. Bei den Engeln wollen wir uns wirklich auf die einzelnen sehr guten Einzelkarten verlassen, jeder Engel für sich kann quasi schon fast alleine das Spiel gewinnen und genau das wollen wir dann ausnutzen und eben mit sehr vielen Nicht-Kreaturen-Zaubern kombinieren. Kurz vorweg noch zum Budget, bevor wir uns die einzelnen Karten anschauen, dieses Deck, so wie es jetzt eingeblendet ist, aktueller Preis ca. 15 bis 30 Euro, natürlich immer je nachdem, wo man bestellt, ob man das Deck komplett bestellt mit Portokosten, dann sind wir natürlich eher an der 30 oder einen Ticken mehr, wenn man aber schon Karten hat oder eben die Karten vielleicht einzeln tauschen kann, irgendwo einzeln bekommen kann oder auch im Laden vor Ort kann man teilweise diese Karten sehr, sehr, sehr leicht bekommen, die fliegen oft überall mal rum, gerade bei den Casual-Spielern sind keine typischen Turnierkarten hier in dem Deck, also lässt sich wirklich sehr leicht und auch preiswert zusammenbauen, die Karten sind nicht super alt, also auch immer noch gut auffindbar, sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich würde sagen, so ja, 15 bis 30 Euro muss man hier für dieses Engel-Control-Deck auf jeden Fall so einrechnen. Ja, das war es wirklich zu der Deckliste vorweg, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Karten im Detail an, bevor wir dann am Ende natürlich wie immer noch zur Deckbewertung kommen. So, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit unseren Engeln, also mit unseren Finishern. Wir haben hier tatsächlich auch eine etwas preiswertere Engelkarte dabei, weil ich mich eben angelegt an mein Magic Duels Deck hier nochmal eben einfach orientieren wollte an Bruna, The Fading Light und Gisela, The Broken Blade, die beiden Engel, die eben zusammen fusionieren zu dem großen Eldrasi-Engel. Das ist natürlich immer nur eine nette Challenge nebenbei, ich versuche das nämlich immer bei Magic Duels zu machen und hier ist eben das Deck, mit dem man das auch einfach mal im Real Life machen kann. Natürlich, beide Engel sollen beide für sich wirklich gut sein, irgendwie definitiv einen Effekt auf unser Spiel haben, es ist nicht wirklich Voraussetzung, hier den Eldrasi-Engel zusammen zu fusionieren, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, diese beiden Engel können wir eben einfach auch sehr schön hier bei uns nutzen. Erstmal noch Bruna, 7 Mana, 5, 7, wenn wir sie casten, dürfen wir eine Engel- oder Menschenkarte aus unserem Friedhof direkt wieder ins Spiel bringen. Natürlich ist das immer hier eine andere Engelkarte, selber noch Flugfähigkeit und Wachsamkeit, also definitiv ein solider Bieter und mit anderen Engeln im Friedhof, die wir dann gegebenenfalls auch schon wirklich im Friedhof haben, kann sie direkt eine Karte Kartenvorteil machen, einen Engel wiederbeleben, zum Beispiel rechts die Gisela, mit der sie dann eben auch den Eldrasi-Engel bildet. Passt natürlich sehr gut und Gisela an sich generell sowieso sehr starke Karte, habe ich jetzt hier nur zweimal im Deck, ist auch eine ein bisschen teurere Karte vom Geld her, könnte man also auch dreimal spielen ruhig, aber sie ist halt sehr gut auch gegen Aggro- und Burn-Decks zum Beispiel. 4 Mana, 4, 3 fliegend, Erstschlag-Lifeling, das ist natürlich mega gut, Lifeling macht sie einfach sehr stark gegen die roten Aggro-Decks, Erstschlag macht sie natürlich noch besser gegen Kreaturen-Decks im Allgemeinen und im Endstep kann sie eben mit Bruna zusammen zu Brizela Voice of Nightmares fusionieren. Hier habe ich ihn nochmal eingeblendet, dass wenn man dann beide Rückseiten der Karten aneinander legt, wer die Karten gar nicht kennt, auf der Rückseite haben die jeweils eine Hälfte und wenn man dann eben beide im Spiel hat, kann man sie dann quasi zu Brizela zusammen fusionieren. Sehr stark, 9, 10, fliegend, Erstschlag, Wasser und Kalt-Lifeling und unser Gegner kann keine Zaubersprüche mehr mit Mana kosten, drei oder weniger casten. Das ist natürlich super cool, sind direkt ein paar Interaktions-Spells beim Gegner abgeschaltet, wenn wir es denn schaffen, Brizela wirklich hier zusammen zu kriegen. Wie gesagt, das keine Voraussetzung ist, ist aber einfach ein ganz netter Finisher. Ich finde das immer cool, ich wollte das immer mal machen, jetzt hier einfach das Real-Life-Deck, mit dem man es auf jeden Fall hinbekommt. Ja, unsere ersten Finisher, sehr stark. Dann noch dreimal Linvala, einfach weil sie super, super gut mit Bruna zusammen ist. Immer wenn unser Gegner irgendwie mehr Druck aufbaut, mehr Kreaturen im Spiel hat, was halt eben durchaus passieren kann, dann ist Linvala da der perfekte Stopper, sechs Mana, fünf, fünf, fliegend. Wenn sie das Spielfeld betritt und unser Gegner hat mehr Lebenspunkte als wir, dann kriegen wir fünf Leben und wenn unser Gegner mehr Kreaturen als wir kontrollieren, dann kriegen wir noch einen 3-3er Engel-Token. Generell selber noch fünf, fünf fliegend, super gute Karte wirklich. Wenn sie dann mal irgendwie stirbt, der Gegner hat irgendwie eine Removal, macht sie kaputt, dann können wir sie natürlich mit Bruna im richtigen Moment wiederbeleben. Wieder fünf Lebenspunkte holen, wieder den Token holen, also das ist unfassbar stark und einfach die Engel untereinander sind wirklich, wie gesagt, sehr gute Einzelkarten und können selber schon sehr gut Kartenvorteil generieren. Dann hier rechts nochmal am Ende was ganz anderes. Ich wollte einfach mal noch aus meinem Casual-Haufen quasi einen Engel mit in das Deck reinschmeißen. Den können wir bei Magic Duels nämlich nicht spielen, weil er schon zu alt ist und ich finde ihn einfach cool für die extra langen Good Stuff-Spiele quasi, wenn wir selber gegen ein sehr langsames Deck spielen, der Death-Packed Angel. Sechs Mana, fünf, fünf fliegend, generell solider Bieter, aber wenn er stirbt, gibt es einen 1-1er Kleriker-Token, der folgende Fähigkeit hat, bezahle sechs Mana, tappe ihn, opfer diesen Kleriker und dann dürfen wir den Death-Packed Angel aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Also ziemlich cool, wenn wir gegen gegnerisches Deck spielen, welches nur in Anführungsstrichen herkömmliches Removal hat, also unsere Karten nicht ins Exil schicken kann, dann kommt der Death-Packed Angel immer wieder aus dem Friedhof wieder. Natürlich müssen wir immer Mana dafür bezahlen, wir können ihn natürlich auch mit dem anderen Engel wiederbeleben, aber generell in sehr langen, langsamen Spielen können wir den Death-Packed Angel immer wieder aus dem Friedhof spielen, bis der Gegner einfach nichts mehr gegen ihn machen kann und dann können wir eben auch die sehr langsamen Spiele mit ihm hervorragend gewinnen. Ja, das waren unsere Engel, unser Engel-Paket. Jetzt kommen die ganzen Nicht-Kreaturen-Zauber. Da habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass sie ein bisschen so, ja auch optisch zu den Engeln passen geht. Nicht bei jeder Karte, falls ihr da natürlich noch eine Idee habt, auf jeden Fall unten einen Kommentar da lassen. Dann können wir mal gucken, was Deck optisch noch ein bisschen aufpimpen. Aber ja, schauen wir uns die Karten jetzt erstmal an. Wir gehen mal zu unseren Nicht-Kreaturen-Zaubern. Als erstes mein weißes Favorite-Removal im Budget-Bereich. Direkt viermal gesetzt, Blessed Alliance. Ich liebe diese Karte, sie ist einfach so flexibel. Definitiv zocken in nahezu jedem weißen Control-Deck im Casual-Bereich. Würde ich sie eigentlich viermal spielen. Sie ist eigentlich immer gut. Supergeile Karte. Wie gesagt, echt ganz oben mit dabei im Bereich meiner Favorite-Weißen-Removal-Karten. Unglaublich gut. In der Regel nutzen wir immer unten den Modus, dass ein Gegner eine angreifende Kreatur opfert. Also ganz normales 1 zu 1 Removal. Das ist auf jeden Fall gut. Natürlich gegen Decks, die sehr viele Kreaturen haben oder Tokens, ist sie nicht so super stark. Aber wenn unser Gegner eher wenige starke Kreaturen spielt, dann können wir mit der Blessed Alliance richtig viel Schaden anrichten. Oder wenn die gegnerischen Kreaturen irgendwie Hexproof haben, Schutz vor unseren Farben haben und zerstörbar sind, dann ist die Blessed Alliance natürlich Gold wert. Wir lassen den Gegner seiner eigenen Kreatur wegopfern, können diese ganzen Schutzeffekte dadurch sehr gut umgehen. Also immer noch eine sehr gute Möglichkeit, um weiter flexibel zu bleiben. Außerdem natürlich noch gegen Aggro-Decks oder auch gegen Burn-Decks. Wir können noch vier Lebenspunkte kriegen. Und wenn wir dann eben vier Mana insgesamt bezahlen, können wir direkt zwei Effekte benutzen. Den End-Tab-Effekt können wir natürlich auch noch zusätzlich benutzen. Den benutzt man nicht so oft, aber auch in ganz wenigen Spielsituationen in diesem Deck kann er wirklich relevant sein. Wir können mal ein oder zwei Engel einfach enttappen, dann mit ihnen blocken. Der Gegner rechnet vielleicht nicht damit, uns gleichzeitig noch vier Lebenspunkte machen. Vielleicht macht der Gegner einen sehr riskanten Angriff, weil er denkt, oh jo, letzter Angriff. Damit kriege ich es wirklich dann noch hin. Wir kriegen dann aber vier Leben, enttappen einen Engel, blocken noch damit. Also den Modus darf man definitiv auch nicht unterschätzen. Also insgesamt super flexible Karte, definitiv viermal gesetzt. Dann weiter geht's mit unserem Removal-Paket. Ich habe mal wegen dem Engel-Artwork noch zwei Doomblades genommen. Da würde ich auf jeden Fall nicht zu viele spielen. Ich fand sie halt optisch ganz schön. Ich wollte, dass das Deck optisch auch ein bisschen passt. Deswegen eben, falls ihr noch gute Vorschläge habt, auf jeden Fall unten Kommentare da lassen. Man kann ja auch mal ein bisschen was fürs Auge tun, auf jeden Fall. Und das Deck dennoch sehr spielstark halten, dachte ich. Also zweimal Doomblade, sehr gut. Natürlich geht nicht gegen schwarze Kreaturen, deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein. Doomblade ist eben nicht das stärkste 2-Mana-Removal in dem Bereich, aber ist immer noch ein sehr gutes 1-zu-1-Removal einfach. Aber wenn wir eben gegen ein Mono-schwarzes Deck spielen, dann ist das Doomblade eben eine tote Karte und da wollen wir halt eben auf jeden Fall immer etwas vorsichtig sein. Deswegen habe ich das noch ein bisschen gemixt. Zweimal Ultimate Price hier auf der nächsten Seite, zerstört eine einfarbige Kreatur. Klappt also auch nicht immer gegen alles, aber eben der Mix, der macht es. Und dann noch dreimal Never Return. Leider kein Instant, aber wir sind eher so das Good Stuff Control Deck. Wir müssen nicht wirklich alles Instant Speed haben. Einfach Never Return. Ich liebe diese Karte auch super Casual Removal, denn es kann auch Planeswalker zerstören. Das ist immer eine fiese Sache, wenn wir nicht mit unseren Control Decks mit Planeswalkern interagieren können, dann verliert man eben ganz oft gegen sie und Never Return ist einfach die perfekte Möglichkeit, um auch Planeswalker zu zerstören. Die zweite Seite unten dann Return. Auch noch ganz nett. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass wir ein 2-2-Zombie kriegen. Können wir natürlich mal machen. Zusätzlicher Blocker. Bisschen Bonusschaden zum Angreifen schadet nie, aber eben auch gleichzeitig eingebauter Graveyard. Hey, das will man nicht unterschätzen, wenn der Gegner irgendwie so eine Art Reanimator Deck spielt im Verlauf des Spiels, auch mal gute Karten abwirft oder irgendwas mit Flashback hat. Das passiert immer mal wieder bei Magic. Also schadet auf jeden Fall nicht, hier noch diese 3 nicht ganz so starken Graveyard-Interaktionen hier zu haben in Form der halben Karte. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Macht unser Deck einfach noch flexibler. Warum nicht? Sehr gute Karte. 3x Never Return. Dann 3x Mass Removal in Form von Planer Outburst. Passt optisch natürlich jetzt nicht ganz so perfekt zu unserem Engel Deck. Da könnte man dann zum Beispiel aus dem 4-Mann-Bereich Day of Judgment spielen. Finde ich noch ein bisschen optisch schöner. Ist auch eine ganz nette Budgetkarte, aber Planer Outburst fliegt im Moment noch überall rum. Aus den letzten Editionen, die kriegt man halt auch sehr leicht, sehr preiswert. Kann man sich also gönnen oder eben gegebenenfalls einfach upgraden. Ihr könnt ja hier meine Decklisten generell immer nur als Hinweis nehmen. Ich sag ja immer, ihr müsst nicht alles 1x1 nachbauen. Wenn ihr anderes, schwarzes oder weißes Removal habt, könnt ihr es auch natürlich einfach austauschen. Einfach schauen, dass ungefähr das Verhältnis der Karten gleich bleibt. Und dann wird das Deck natürlich auch sehr gut funktionieren. Ich habe mich jetzt einfach hier für den Planer Outburst entschieden. Ist halt ganz nett mit der Awakened-Fähigkeit. Können wir später noch einen Lang zu einer 4-4er-Kreatur machen. Ist ein zusätzlicher Bieter. Kann man auf jeden Fall ganz nett mitnehmen. Ist halt ein 5-Mann-Mass Removal. Aber im Casual-Bereich reicht das in der Regel. Wir haben ja auch sehr viel Removal und Interaktion davor. Also Mass Removal muss aber sein. So oder so. Egal welches ihr jetzt nehmt. 2-3 Mass Removal Zauber. Wo man einfach alles mit zerstören kann. Finde ich einfach generell sehr wichtig. Das ist wirklich gut. Kann man sehr viel Kartenvorteil gegen die kreaturenbasierten Decks mitmachen. Immer den Gegner so ein bisschen reinbaiten. Wie man sagt. Vielleicht die ein oder andere starke Kreatur zerstören. Dann den Gegner vielleicht dazu animieren, dass er dann noch 2-3 neue Kreaturen aufs Feld legt. Eventuell overextendet. So nennt man das. Also viel zu viel aufs Feld legt. Viel mehr als er sollte. Und dann eben in so einen Mass Removal Zauber reinläuft. Das ist echt mies. Macht aus der Sicht des Kontrollspielers natürlich sehr viel Spaß. Wenn wir so viel Kartenvorteil mit einer Karte plus machen können. Und ist einfach immer wichtig. Im Kontrolldeck entweder einen weißen oder einen schwarzen Mass Removal Zauber zu spielen. Wie gesagt könnt ihr gerne auch in anderen spielen. Aber definitiv welche zocken. Dann haben wir noch ein bisschen Interaktionspaket. Discard ganz wichtig. Den schwarzen Teil des Decks wollen wir natürlich auch ausnutzen. Ich habe jetzt hier 4 mal Durest genommen. Wir können wirklich super viel mit Kreaturen interagieren. Und wir können auch zwar mit Planeswalkern interagieren. Aber generell die Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche die das Durest halt trifft sind eigentlich sehr interessant für uns. Sei es Kartenvorteil-Spells beim Gegner, Planeswalker, gutes Removal, Counterspells. All das können wir mit Durest nehmen. Und dann parallel rechts mit dem Read the Bones auch immer schön unsere Hand auffüllen. Scry 2. Vorher können wir uns die Karten auch anschauen. Schlechte Karten da drunter legen. 2 Karten ziehen. Dann verlieren wir noch 2 Leben. Aber das ist definitiv okay. Direkt 2 Karten schön nachziehen. Das ist genau das, was wir mit unserem Kontrolldeck machen wollen. Wir haben ja auch schließlich genug Möglichkeiten noch Lebenspunkte wieder zurückzukriegen. Entweder über unsere Engel oder eben über die Blessed Alliance kann man auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten. Und gegen die super aggressiven Decks brauchen wir in der Regel einfach gar nicht so viele Karten. Da spielt man das Read the Bones dann natürlich auch nicht aus. Aber hier Durest. Sehr schönes Discard-Paket. Auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und Read the Bones für den Kartenvorteil. Dann am Ende noch ein bisschen 2 untypische Karten. Ich habe mich für eine richtige Oldschool-Karte entschieden. Einfach für die richtig langen, grindigen Spiele. Ein Disturb Burial. Das soll man dann wirklich so ganz nebenbei Zug 15 gegen das gegnerische Kontrolldeck. Einfach ziehen. 2 Mana Hexerei mit Buyback 3. Das macht sie so interessant. Wir können eine Kreatur aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wir haben ja nicht super viele Kreaturen. Also es reicht wirklich 1 von diesen Burials hier in unserem Deck, dass wir es wirklich schön spät nachziehen. Dann eine Kreatur wiederholen. Gegebenenfalls wirklich auch 5 Mana dafür bezahlen. Dann können wir das Burial wieder auf die Hand nehmen. Und wenn wir einfach gegen ein ganz normales, anderes Kontrolldeck spielen, welches selber nur sehr viel Removal hat, dann können wir das Burial halt jede Runde wieder spielen. Und irgendwann einfach genug Kartenvorteil tatsächlich damit generieren, um auch die ganzen krassen Kontrolldecks notfalls selber auszukontrollen. Sehr cool. Auf jeden Fall mal sowas ausprobieren, wenn ihr möchtet. Dann noch abschließend dreimal Scroll auf Avasin. Passt einfach zum Engelflavor dazu. Avasins Schriftrolle dachte ich, ist noch ganz cool. Ist auch eine farblose Karte. Können wir immer Zug 1 spielen oder zwischendrin, wenn wir nichts zu tun haben. Für einen Mana können wir sie dann opfern, um eine Karte zu ziehen. Also er setzt sich immer selber. Können wir notfalls einfacher Opfern durch unser Deck durchziehen, um dann die richtigen Karten zu finden. Wenn wir aber gleichzeitig noch einen Engel kontrollieren, gibt es zusätzlich noch 5 Lebenspunkte dazu. Also passt einfach schön, finde ich, in das Engel-Thema rein. Bisschen Live-Gain. Ist halt auch sehr gut gegen die Aggrodecks. Habe ich ja jetzt schon oft gesagt. Live-Gain ist immer gut. Und da unser Deck wirklich langsam und sehr kontrollig ist, kann man sich sowas wie die Scroll auf Avasin sehr gut gönnen. Und dann gegen die Aggrodecks einfach ein bisschen Lebenspunkte machen. Und dann später das Spiel über den Kartenvorteil einfach gewinnen. Ganz am Abschluss noch eine Karte alter Gegenspieler der Engel, könnte man sagen. Und selbst so passt er irgendwie flavormäßig hier in das Deck rein. Ein Obnixeles Reignited ist auf jeden Fall ganz passend. Wer den Dämon hier nicht im Deck haben will, kann ich auch nachvollziehen. Können natürlich auch immer eine andere Karte spielen. Hier der eine Planeswalker einfach nochmal so durch seine Fähigkeiten. Sehr gute Karte. Sie bleibt im Spiel. Er kann jede Runde quasi eine Karte ziehen, Kartenvorteil machen. Er kann Kreaturen abschießen. Und sein Emblem kann uns das komplette Spiel auch alleine gewinnen. Also definitiv einfach so ein Planeswalker. Sehr, sehr, sehr gute, starke Einzelkarte. Könnt ihr spielen, könnt einen anderen spielen. Oder eben einfach noch eine andere Good Stuff Karte spielen. So wie jeder natürlich möchte. Abschließend dann noch zum Mana Base. Habe ich natürlich hier in einem Casual Deck ganz simpel gehalten. Ich habe 4 Scored Barons genommen. Die Tapped Länder. Wir sind nicht das schnellste Deck. Wir können ruhig ein paar getappte Länder spielen. Ich habe dann hier natürlich das schwarz-weiße Duel Land genommen. Damit wir immer schön das richtige Mana auch zur Verfügung haben. Parallel gibt es eben noch einen Lebenspunkt, wenn das Land ins Spiel kommt. Das ist ganz nett. Und nochmal für den Flavor, weil wir das Engeldeck sind. 4 mal sehr rough Sanctuary. Sehr cool. Wenn es das Spielfeld betritt, kriegen wir einen Lebenspunkt. Wie gesagt, Aggrodeck sollen wirklich kein Problem für uns sein. Gerade so mit den Engeln. Burndeck, das wollen wir so platt machen. Wenn wir mit unseren Ländern hier parallel 8 oder mehr Lebenspunkte machen, kann das schon mal wirklich sehr, sehr gut sein. Zusätzlich beim Sanctuary, immer wenn ein Engel bei uns ins Spiel kommt, gibt es nochmal einen Lebenspunkt. Das passiert halt nicht so super oft. Aber kann halt durchaus passieren, dass wir 2-3 mal das Sanctuary im Spiel haben. Dann einen Engel spielen. Der Engel macht parallel 2-3 Leben. Einfach nochmal mehr. Generell gute Karte. Es ist ein Land. Es kommt ungetappt ins Spiel. Also kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen. Und die paar Lebenspunkte, die man nebenbei eben mitnimmt, die nimmt man doch wirklich gerne mit dem Deck. Kann man auf jeden Fall zocken. 4 mal sehr rough Sanctuary. Ja, abschließend 17 Standardländer. Nichts besonderes. Sümpfe und Ebenen. Glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Die Mana Base könnt ihr natürlich noch beliebig verbessern, wie ihr möchtet. Isolated Chapel, die Pain Lander, die Check Lander. Gibt ja unendlich viel. Jeder kann da natürlich ein bisschen dran rumbauen, wie er möchtet. Das ein oder andere Utility Land vielleicht verbauen. Da ist natürlich eurer Vorstellung keine Grenze gesetzt. Außerdem könnte man hier in Anbetracht des Obnixeles auch einfach alle Engel rausnehmen. 7, 8, 9. Sehr teure, gute Einzelkarten-Typ-Dämon reintun. Dann habt ihr quasi ein Dämonen-Control-Deck. Kann man auch nämlich sehr gut mit so einem Grundgerüst hier quasi bauen. Ihr könnt euch natürlich die Finisher frei auswählen, wenn euch die Engel nicht gefallen. Könnt ihr auch Dämonen reintun oder einfach schwarz-weiße Good Stuff-Kreaturen. Jeder, wie er möchte. Bin mal gespannt. Ihr müsst auf jeden Fall heute mal ein paar Kommentare da lassen. Wie würdet ihr das denn machen? Ja, das war wirklich hier das Hauptdeck. Wollen wir abschließend noch zur Deckbewertung kommen. Über das Budget haben wir am Anfang schon geredet. Und wir starten wie immer mit dem Bereich Synergie hier in unserer Deckbewertung. Da hat unser BW-Angel-Control-Deck 2 von 5 Sternen definitiv nicht 1 Stern verdient. Das haben wir ja ganz oft bei so Control-Decks. Aber auch hier jetzt wieder untypisch für so ein Tribal-Deck. Natürlich wieder jetzt eine sehr niedrige Synergie. Aber natürlich, wir sind ein Control-Deck. Unsere Engel synergieren ein bisschen miteinander. Sie können fusionieren, sich wiederbeleben. Die ein oder andere Kartensynergie gibt es. Ich würde sogar eine sehr starke 2 von 5 einordnen. Also wirklich für ein Control-Deck sind definitiv Synergien vorhanden. Und relativ untypisch finde ich persönlich natürlich sehr, sehr, sehr cool. Weil ich gerade Interaktionen zwischen den Karten immer sehr feiere. Gefällt mir echt gut. Also ist ein schönes Engel-Deck. Kann man definitiv mal zocken. Im Bereich Kreaturen und Kreaturen größer habe ich mal 3 von 5 gegeben. Natürlich im Bereich Kreaturen von der Menge her haben wir sehr, sehr, sehr wenig Kreaturen. Aber unsere Kreaturen sind relativ groß. Wir verlassen uns auch auf unsere Kreaturen. Dass sie wirklich den tödlichen Schaden an den Gegner bringen. Es sind große Kreaturen, aber es sind nicht viele Kreaturen. Hier der Klassiker 3 von 5 schön im Mittelbereich. Und dann natürlich die ganz, ganz, ganz große Stärke. Beim nächsten Punkt Flexibilität. Da hat unser Control-Deck wirklich 5 von 5 volle Bewertung. Also wir sind super flexibel. Wir können mit nahezu allen Karten wirklich interagieren. Natürlich nicht mit jeder Karte, wenn sie zum Beispiel im Spiel ist. Aber wir können sehr gut Kreaturen handeln. Wir können Planeswalker abschießen. Auch wenn sie im Spiel schon sind. Wir können mit der gegnerischen Hand interagieren. Also alles, was wir nicht notfalls auf dem Feld handeln können. So etwas wie Enchantments zum Beispiel. Das können wir vorher den Gegner abwerfen lassen. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Interaktion. Generell ein sehr flexibles Deck. Und abschließend im Bereich Tempo. Ja, das ist natürlich wieder typisch für Control-Decks. Wir sind sehr langsam. Wir spielen nicht auf Tempo, sondern eher auf Kartenvorteil. Ich denke, das ist ganz gut klar geworden. 2 von 5 Sterne finde ich wirklich angebracht. Es gibt natürlich noch deutlich langsamere Control-Decks, die hier definitiv die 1 verdient haben. So langsam sind wir nicht. Man muss natürlich immer zügig spielen. Aber es ist definitiv ein Deck, welches auch selber dann am Ende sehr schnell den Sack zumachen kann. 2 von 5 Sterne ist es definitiv nicht das langsamste Control-Deck. Ja, das war es für meinen BW Angel Control-Deck. Wie gesagt, es ist ein ganz typisches Control-Deck. Das Grundgerüst könnt ihr quasi für jedes schwarz-weiße Control-Deck hier benutzen. Wie ihr möchtet. Ihr könnt einfach die Engel rausnehmen, Dämonen reintun. Dann habt ihr ein Dämonen-Control-Deck oder einfach Good Stuff-Kreaturen reinmachen oder etwas anderes. Da bin ich auf jeden Fall mal super auf eure Kommentare gespannt. Wie euch zum einen mein Deck gefällt, bin ich natürlich immer sehr gespannt. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat oder einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr es sowieso ganz anders machen wollt, auf jeden Fall einen Kommentar da lasst, wie ihr denn euer schwarz-weißes Control-Deck spielt. Ja, das war es von mir mit dem Start in die Woche, das Budget-Deck für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Und wie immer wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.